Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, was ihr tun könnt, wenn bei euch das Sprachtrainingsprogramm von Pilot2ATC nicht startet. Wenn bei euch zum Beispiel das Practice innerhalb des Grammar-Helpers funktioniert, ich drücke da mal drauf, bekommt man auch hier die Meldung, dass die Spracherkennungs-Engine von Windows geladen wurde, auch mit der entsprechenden Englisch-US-Sprache. Und wenn man jetzt die Spracherkennung hier ausprobiert, ich wähle hier mal eine Clearance Delivery-Phrase aus, das ist dann Lufthansa 321 und die Phrase, die ich jetzt einsprechen muss, ist Lufthansa 321 ready to copy IFR clearance. Während des Sprechens halte ich jetzt die Push-to-Talk-Taste gedrückt. Lufthansa 321 ready to copy IFR clearance. Dann kann man jetzt hier sehen, dass die Sprache wunderbar erkannt wurde. Wenn die erkannten Worte nicht mit dem Gesprochenen übereinstimmen, dann macht es durchaus Sinn, den Language Trainer von Pilot2ATC zu benutzen, um die Spracherkennung mit eurer Stimme zu trainieren. Dazu geht man in der Regel auf Train, hier unten. Dann wählt man sich den Block der Phrasen aus, die man gerne trainieren will. Clearance Delivery, Ground, Ground 2. Also die verschiedenen Phrasen, die hier kategoriert sind. Clearance Delivery zum Beispiel und ich drücke hier auf Train. Und wie wir sehen, es tut sich hier leider gar nichts. Als Voraussetzung dafür, dass der Sprachtrainer funktioniert, muss für den Zeitpunkt des Trainings die Windows-Version auf englische Sprache umgestellt werden. Falls ihr das schon getan habt, schaut euch das Video trotzdem an, denn zum Schluss gibt es noch einen wichtigen Schritt, der noch gemacht werden muss. Wir öffnen nun zunächst die Startleiste und wählen die Einstellungen aus. Bei den Einstellungen wählen wir nun Zeit und Sprache aus. Hier wählen wir nun den Bereich Region aus und wählen bei Land und Region die Vereinigten Staaten aus. Und unter den Einstellungen regionales Format wählen wir Englisch, Klammer auf, Vereinigte Staaten, Klammer zu, aus. Nun wechseln wir in den Bereich Sprache. Hier muss nun unbedingt unter Windows-Anzeigesprache Englisch, Klammer United States ausgewählt werden. Mit dieser Einstellung sollte sich auch im unteren Bereich unter bevorzugte Sprachen die englische Sprache an erste Stelle setzen. Falls Englisch bei euch nicht an erster Stelle steht, könnt ihr die mit der Maus greifen und per Drag & Drop nach oben verschieben. Nun wechseln wir in die Kategorie Spracherkennung. Und auch hier setzen wir die Spracherkennungssprache auf Englisch, Klammer Vereinigte Staaten. Die Option nicht muttersprachliche Akzente für diese Sprache erkennen wird zusätzlich gesetzt. Als nächster Schritt muss Windows einmal neu gestartet werden. Nach dem Neustart ist Windows logischerweise nun komplett in Englisch. Ich öffne noch einmal die Einstellungen, um zu kontrollieren, ob alle Einstellungen noch so geblieben sind. Dazu öffne ich Time & Language. Dann gehe ich auf Region. Die Einstellungen United States und English United States ist noch geblieben. Der Eintrag für Windows Display Language steht auch auf Englisch United States und im unteren Bereich steht Englisch United States auch an erster Stelle. Auch unter Speech Language ist Englisch United States eingestellt und die Option für die Non-Native Accents for the Language ist gesetzt. Nun sollten eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt sein, damit der Pilot-to-ATC-Language-Trainer geöffnet wird. Also starten wir Pilot-to-ATC, öffnen den Grammar Helper, gehen auf den Train-Button. Hier wählen wir dann die Controller-Kategorie aus, die wir trainieren möchten und drücken zum Schluss auf Train. Trotzdem wir hier vermeintlich alle Settings gesetzt haben, die wir setzen sollten, öffnet sich das Trainingsprogramm nicht. Die Lösung für dieses Problem war in meinem Fall, dass ich in den Systemeinstellungen für die Spracherkennung eine Einstellung machen musste. Hierzu aktiviert man nun die Startleiste und tippt dort Control ein oder Control Panel. Im Deutschen wäre das die alte Systemsteuerung. Hier wählt man nun den Bereich Ease of Access an. Hier wählt man nun den Punkt Speech Recognition. Und als nächsten Schritt aktiviert man die Advanced Speech Options. Eventuell ist bei euch immer noch unter Language German als Sprache eingestellt. In meinem Fall steht dort schon richtigerweise English US. Ich musste in meinem Fall die Sprache einmal auf Deutsch stellen, mit Apply aktivieren, die nächste Meldung mit OK bestätigen und danach die Sprache direkt wieder auf English US umstellen und auch wieder mit OK bestätigen. Sollte der Eintrag bei euch auf German stehen, könnt ihr den natürlich sofort auf English US umstellen. Auch das Speech Properties Fenster kann mit OK geschlossen werden. Nun öffne ich wieder das Grammar Help Fenster, gehe auf Train, drücke auch hier auf Train und siehe da, das Windows Trainingsprogramm startet wie gewünscht. Ich klicke hier auf Next und schon startet das Trainingsprogramm und ich kann die Phrasen entsprechend einsprechen. Somit wird die Windows Spracherkennung auf meine Aussprache trainiert. Beech 1 Victor Bravo ready to copy IFR Clearance. Beech 1 Victor Bravo ready to copy IFR Clearance. Beech 1 Victor Bravo ready to copy. Beech 1 Victor Bravo request VFR Traffic Advisory from Kilo Delta Foxhut Whiskey to Kilo Lima Alpha Sierra at Flight Level 230. Beech 1 Victor Bravo request VFR Traffic Advisory from Kilo Delta Foxhut Whiskey to Kilo Lima Alpha Sierra at Flight Level 230. Beech 1 Victor Bravo request Frequency to Clearance Delivery. Beech 1 Victor Bravo request Frequency Change to Ground. Say again for Beech 1 Victor Bravo. Ich hoffe ich konnte euch mit diesem kleinen Video etwas weiterhelfen. So, das war es auch schon wieder. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es doch. Lust auf mehr Videos? Schaut euch einfach die Links an. Ganz krass wäre es natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wollt ihr über Neuigkeiten informiert werden, drückt zusätzlich noch auf die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Bis bald! Redaktiv davon